Yo Leute, Riesan Acker Crypto Ghost am Start und hat ein neues Video parat. Freunde, heute gönne ich euch Teil 3 mit Crypto Arvon 262. Zieht euch die Fragen und Antworten rein. Wieder ein unterhaltsames Video. Gönnt dem Video ein Like und ein Kommi für den Algo. Und gönnt dem Arvon auch ein bisschen Liebe und lässt auch dort ein Abo da. Den Link zu seinem Channel findet ihr unten in der Beschreibung. Jetzt aber Intro. Intro, gib ihm. Du hast gerade eben KI und AI genannt. Hast du vielleicht bezüglich KI und AI einen Favoriten- oder Geheimtipp, wo du sagst so, ja? Weil KI ist jetzt, ne, also... Naja. Das macht ja, du hast ja gerade selber gesagt, das hat gerade so seinen Hype. Und ja, da gibt es ja einige Projekte, die schon seit Längerem bestehen. Aber die haben jetzt so ihren Hype. Hast du da einen Favoriten- oder Geheimtipp? Ich habe mich tatsächlich damit noch nicht so allzu sehr auseinandergesetzt. Was ich aber machen wollte. Ja, ich bin jetzt auch nicht so einer, der sich auf Hype-Trains raufsitzt. Wenn, dann sollte man natürlich davor alles machen. Aber wo ich tatsächlich schon letztes Jahr investiert war, also noch vor dem Hype, wenn man so will, ist Singularity-Net. Also Agix oder Ajix, wie man es auch immer aussprechen möchte. Ist tatsächlich mein einziger Coin. Mehr, mehr, ja gut, wenn man Ocean-Protokoll noch mit dazu zählen möchte zu den KI-Projekten, dann auch Ocean-Protokoll. Da aber auch ein bisschen mehr und noch länger investiert. Aber sonst sehe ich natürlich, dass, wie gesagt, das wird alles mit reinfließen in unseren Alltag, in unsere Arbeit und wie die Firmen ihre Produkte schlussendlich machen mit KI. Aber für die Massentauglichkeit in den Hallen und so weiter, in den Büros KI ist trotzdem noch, meiner Meinung nach, noch ein bisschen, es braucht auch Zeit. Einfach Zeit, ja. Braucht auch viel Zeit. Ja, wie so alles auf dem Markt, ne? Auch Gemüsereifen und Obst muss reifen. Genau, genau, also Auto, Autos waren auch nicht von heute auf morgen, ja, also die Kutschen waren auch nicht von heute auf morgen weg. Ja, natürlich, natürlich. Und euer Handy, wie wir es jetzt kennen, haben wir auch nicht, es war für uns, ja, das ist auch nicht von heute auf morgen gekommen, also. Natürlich. Braucht alles Zeit. Okay, dann abgesehen vielleicht von KI, hast du sonst einen Geheimtipp oder einen Favoriten und lass mir bitte jetzt, ne, das XRP lassen wir jetzt weg, ne? Nein, nein, nein. Nein, also, meinst du jetzt so kleinere Projekte? Generell, ja, so wo du sagst, vielleicht haben das auch schon einige auf dem Schirm, aber hat jetzt nicht so eine krasse Berühmtheit oder einen Bekanntheitsgrad, vielleicht hast du ja so ein oder zwei Projekte, wo du sagst, so ja. Ja, da hat, also, was wirklich keiner wahrscheinlich oder wirklich wenige einfach auf dem Schirm haben, ist auch erst letztes Jahr Sommer, glaube ich, gelauncht. Also, Low-Market-Projekte in meinem Portfolio kann ich eigentlich nur Veracity nennen, Ocean-Protokoll und Acero, wenn man es so will, ne, also die haben jetzt ungefähr 200 Millionen, 60 Millionen und, ja, ungefähr um den Dreh rum, ne, Market Cap. Deshalb zähle ich jetzt einfach mal bei mir zumindest zu den Low-Market-Projekten, aber was ultimativer Low-Market-Projekt bei mir ist und wirklich wahrscheinlich keiner auf dem Schirm hat, zumindest der, der mein Video noch darüber nicht gesehen hat, ist XRPaynet, tatsächlich. XRPaynet, ja, hat auch schon XRP im Namen, ja, XRPaynet und läuft auch über den XRP-Ledger, also genießt es natürlich auch seine Vorteile, das heißt, ja, sicher, effizient und kostengünstig, ne, und die möchten eigentlich das gleiche machen wie Ripple mit XRP, nur für die, nicht für die Banken und für die großen Firmen und so weiter, äh, sondern einfach, äh, für, ja, dich und mich zum Beispiel, ja, also du gehst zu Edeka einkaufen und, und kaufst halt über dessen Wallet und dessen, äh, ja, Blockchain halt einfach ein, ja, äh, über XRPaynet halt eben ein, die haben eine Wallet, da gibt's, ähm, keine Ahnung, mehr wie, ähm, 9000, äh, Kryptowährungen und da kannst du auch staken zum Beispiel und die haben auch, was ich so auch noch nicht gesehen habe, ähm, die möchten praktisch, äh, ja, Krypto mit, ähm, 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 Shop now, pay later, ja, also, Shop jetzt und, und zahl halt später und, ähm, wenn du jetzt reingehst und, ähm, möchtest gerne dir Schuhe kaufen, dann kaufst du mit XRPaynet oder mit irgendeiner Kryptowährung und die Firma bekommt aber Fiat, ja, also hat die, äh, also hat die Firma auch die, 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 das Vorteil, dass die jetzt da nicht, äh, rumdödeln müssen, ja, äh, bezüglich Buchhaltung und so weiter, dass die jetzt da mit Kryptos, äh, rumhantieren müssen, ne, also du bezahlst mit Krypto, aber die, die Firma bekommt Fiat, also Euro oder Dollar oder sonst was, ne, und das hat mich auch, ähm, geflasht und, und hab auch gut investiert und tatsächlich, es war einfach nur gut getimt, nach dem, äh, äh, Video, äh, haben wir tatsächlich, äh, also ein Tag nach dem Video, wo ich es gedroppt habe, äh, ähm, haben wir innerhalb sieben Tagen, glaube ich, siebenhundert Prozent, äh, hochgegangen, tatsächlich, weil es eben ein komplett Low-Market-Projekt ist, ich glaube, acht Millionen Market-Cap, also das ist wirklich, äh, gar nichts, von daher auch, äh, äh, Leute da draußen ultra-vorsichtig sein, ja, ultra-vorsichtig mit solchen Low-Market-Cap-Projekten, ähm, äh, äh, ich zähle es nicht zu den Meme-Coins, weil die wirklich tatsächliche, äh, Anwendung, äh, finden möchten, äh, und streben, äh, aber, äh, die haben natürlich noch nichts, äh, auf den Tisch gelegt, ne, also von daher richtig, äh, neu gestartet, äh, kaum Partnerschaften, sind zwar, äh, einige schon da, aber kaum Partnerschaften, kaum Volumen, ähm, ähm, und, und Anwendung fehlt natürlich auch noch, aber das große und ganze Paket hat mir halt eben gefallen und auch, weil es über den XL Pillager läuft, was meiner Meinung nach der, die, äh, vielfältigste Blockchain ever ist, auch mit einer Runtime, die nur XRPL hat und Bitcoin, also von daher, ja, mein Geheimtipp, sage ich jetzt mal, oder einfach, äh, eins der lowesten, äh, Low-Market-Projekte, die ich einfach im Portfolio habe. Hm, ich glaube, ich habe da auch mal vor ein paar Tagen was rausgehauen da drüber und die sind, glaube ich, eine Kooperation mit irgendeinem, ich weiß nicht, ob es mit einer Regierung war oder ob es mit einer großen Bank war, ich habe es nicht mehr auf dem Schirm, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, da sind die, da werden die halt, weil die ja auch, äh, so ein bisschen die Vorteile von XRP genießen können, äh, hat man direkt gesagt, so, ah, guck mal, XRP-Net hier, die sind zwar nicht direkt über XRP diese Kooperation gegangen, aber über einen Partner von XRP, und zwar XRP-Net, und deswegen ist das so krass für den Markt und für XRP, beziehungsweise Ripple. Ja, wie gesagt, äh, die genießen die gleichen Vorteile, ja, weißt du, über den XRP-Ledger eben laufen, äh, also dessen Transaktionen genießen die gleichen Vorteile wie XRP, ähm, und möchten es halt tatsächlich, äh, für die Allgemeinheit, für die, für die kleinen Leute sozusagen, ich gehe jetzt ins Real, äh, oder, oder, keine Ahnung, Netto oder sonst wohin, und, und, und kaufe halt darüber, ja, und, und, Firmen eben auch dann. Das Ding ist, dass die das Geld in Fiat bekommen, ist für die gut, weil dann sind sie von Volatilität geschützt, ne, dann haben sie diese Probleme auch. Zum Beispiel, also, absolut. Da kommt das in Stabilität rein, so, weißt du, es muss sich etablieren, ne. Ja, genau, und du hast zum Beispiel, ja, unten nach, also unten gekauft, ja, und wird immer mehr genutzt, und, ja, dann gibst du halt deine XRP-Pay-Nets aus, die du sowieso im Plus bist, nö, und die Firma bekommt Fiat, haben diese Volatilität nicht, äh, haben dieses Krypto-Gedönse nicht, also von daher, ähm, ja. Und kann man die kaufen? Mal gucken. Die kann man tatsächlich auf Maxi Global kaufen. Ah, okay. Maxi Global und noch wo, aber, das hab ich jetzt nicht im Hirn, aber Maxi Global, ja, auch ja, ein Partner von mir, von daher weiß ich das aus dem Stil. Ja, ja, war auch mal mein Partner, müssen wir mal gucken. Aber, ja, besteht auf jeden Fall. Gut. Mhm. Jetzt kommt da eine Frage, die hab ich letztes Mal, die konntest du leider nicht mehr beantworten, die wollte ich eigentlich dir persönlich stellen, beim Krypto-Stammtick, wenn du dir das vollkommen reingezogen hast, hast du auch vielleicht gehört, ja, eigentlich wollte ich jetzt die Frage von Avon beantwortet haben, leider musstest du aus persönlichen Gründen ja kurz raus und du kannst den zweiten Teil beim Krypto-Stammtisch, beim Kevin leider nicht mitmachen. Ich glaube, du hast als Beispiel genannt, ja, jetzt sind gute Preise, man könnte eigentlich VeChain, äh, wenn man das sich so anschaut und den Chart und das All-Time-High anguckt, 25 Cent war das ungefähr so um den Dreh oder 25 Dollar-Cents und wir sind jetzt gerade bei zwischen 1 und 2 Dollar-Cents, da dümpeln wir vor uns herum. Genau. Das Ding ist, du, äh, ne, natürlich war das nur eine Meinung, das ist natürlich nicht eine feste Aussage, die du da getroffen hast, nur, du hast gesagt, glaube ich, nage mich nicht daran fest, dass es jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt wäre, weil wenn man sich das All-Time-High anguckt, sind wir weit davon entfernt und wenn wir alleine jetzt, ich nehme als Beispiel, äh, 1.000 Euro reinpacken, äh, hat man bei 25 Cent um die 25.000 ein paar gebrochen, ne, da hab ich mir, also ich stelle mir diese Frage immer, denkst du, dass die Altcoins wieder alle ihre All-Time-Highs erreichen bei zunehmender Anzahl der Kryptowährungen, weil das Geld, es kommen jeden Tag neue Projekte auf den Markt, es ist nicht jedes Projekt scheiße, was auf den Markt kommt, sorry, wenn ich das so sagen darf, da gibt es ja auch Projekte, die haben ja auch Hand und Fuß und die liefern ja richtig ab, natürlich sind das Versprechen, die man dann einhalten muss und etablieren muss und umsetzen muss, aber da gibt es ja auch Projekte, wo halt dann jemand kommt, boah, krass, das, keine Ahnung, äh, die wollen das und das und das machen und bei zunehmender Anzahl der Kryptowährungen muss ja nicht zwingend, jetzt sagen wir mal, wenn du jetzt, keine Ahnung, nehmen wir XRP bei 5, äh, bei 3 Dollar eingekauft hast oder vielleicht XRP als schlecht, oder VeChain, ja, 25 Dollar Cent eingekauft hast, muss es da ankommen, weil es kommt zwar weitere Anwendungen und all das, ne, die, die haben ja einen Use Case, aber kann ja sein, dass das Geld anders verteilt wird und dass man da nicht... Also du meinst, ja, du meinst, äh, wir haben jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt hier, äh, CoinMarketCap offen, wir haben 22.328.000 Kryptos und du meinst, dass immer mehr Kryptos, ja, ja, wie Pilze aus dem Boden wachsen und sich so das Geld vermehrt verteilt und so, äh, die, die Altcoins, äh, eventuell, oder viele Altcoins, äh, eventuell, ihre, äh, Alltime Highs wieder nicht mehr erreichen, so meinst du das? Genau, die erreichen es nicht, weil zum Beispiel jetzt, wir hatten ja jetzt auch NFTs und so, das gab es ja vorher nicht, dann ist ja auch da viel Geld reingeflossen und ich glaube auch, dass ich habe einige Altcoins nicht ihre Alltime Highs erreicht im letzten Bullrun. Ja, also, ähm, eigentlich eine gute Frage, aber wir müssen hier die Regulierungen beachten, ja, es ist noch immer nichts reguliert, sobald, äh, das war auch in Davos zum Beispiel, äh, ein, ein Thema, äh, also bei der WEF, jetzt in der, in den Schweizer Alpen, äh, dass die Regulierungsbehörden eins zu eins Hand in Hand, äh, global, äh, vorgehen müssen und nicht hier jeder auf eigene Schnauze im eigenen Land, äh, dies und dies machen, ja, die SEC zum Beispiel in Amerika, also das größte Beispiel, was die da machen, ist einfach, ähm, gegen Krypto erstmal und in anderen Ländern, Singapur zum Beispiel, reinstes Schraffelland, ja, ähm, und, und das war genau das Thema und wenn das wirklich so mal passiert oder wenn, äh, mit Mika-Verordnung zum Beispiel, ja, innerhalb Europa, geht ja schon mal in die richtige Richtung, äh, dann, dann haben wir solche Pilzwachstumsraten nicht mehr, ja, die wo aus dem Boden rauskommen, im Gegensatz, äh, da werden wir hier bei, bei CoinMarketCap nicht mehr 22,000, über 22.000 sehen, sondern, keine Ahnung, vielleicht 5.000 oder noch weniger, also von daher, ähm, sehe ich diese Gefahr, dass die, dass, die, das, das rein, das Geld, was reinkommt, ähm, so sehr gesplittet wird auf die verschiedenen Projekte, sehe ich nicht mal. Ich sehe genau das Gegenteil, dass, äh, Projekte sterben werden wegen den Regulierungen und dass dieses Volumen, was einfach, äh, aufgeteilt ist auf 10.000, 15.000 Krypto-Projekte, in die, äh, Coins, äh, in die Projekte reingeht, die wo halt, äh, äh, standhaft, äh, bleiben, äh, wegen den Regulierungen, also die erfüllen die Norm praktisch, äh, bekommen Anwendung, äh, durch Regulierungen, durch die Vorteile der jeweiligen Blockchain und dass dort nochmal so richtig heftiges Volumen einfach reinkommt. Also genau das Gegenteil sehe ich in den nächsten Jahren. Es muss einfach global, wie im Aktienmarkt, wie der Deportivmarkt, äh, muss einfach hier, ähm, ich meine, ganz viele, ähm, Regierungen wissen ja gar nicht mal, wo sie das Ganze hinstellen sollen oder hinstecken sollen, welche Schublade, ne, das dauert einfach, äh, neue Technologie, neue bahnbrechende Technologie, äh, und, und dieses, äh, dieses Dezentrale, wo wir jetzt, äh, kurz auch gesprochen haben, oder Gify zum Beispiel, oder Dex, ja, das ist Dezentrale, wo man wenig als Regierung wenig, ähm, ähm, Macht drüber hat, das Status Quo immer, wie erwähnt, äh, hat einfach, äh, dieses, diese Gefahr für die Regierung, ja, und, und man weiß nicht, wo, in welche Schublade man sich stecken soll. Aber auf deine Frage zurückzukommen jetzt, ähm, wie gesagt, ich sehe das einfach, ähm, dass viele Projekte sterben werden wegen den Regierungen, ja, kann man auch sagen, und Regulierungen, und die Bestehenden, die reale Anwendung finden werden, ähm, dadurch nochmal an, an Liquidität und Volumen dazubekommen. Gute, ausführliche Antwort auf die Frage auf jeden Fall. Danke. Aber es könnte schwer werden, wenn es nicht so wäre, ne, wenn die, wenn, wenn der, der, wenn die Anzahl immer weiter steigt, könnte es schwer werden, was wahrscheinlich... Wenn es, wenn es natürlich steigt, ich, ich verstehe deine, deine Frage und, und Gedanken dahinter, ähm, dann, dann, dann splittet sich natürlich das Ganze oder verzweigt sich das ganze, äh, Volumen, was reinkommt, natürlich immer mehr. Aber dennoch, wenn, wenn wir zum Beispiel sogar nicht die, die Regulierungen bekommen und noch ein paar Jahre so oder weiter so, äh, Pilze kommen und, und, und gehen und haben irgendwann mal 30.000 Kryptos, ähm, sehe ich trotzdem, äh, bei den Projekten, die Anwendung finden, die ist außen vor. Weil wegen der Anwendung werden die einfach, ähm, ja, abgekoppelt von den anderen, ja. Weil da kommt sowieso dann von den institutionellen Anlegern die, das Volumen rein. Und wir, die wo dann natürlich immer mehr, äh, Prozente im, äh, wie viele sind wir jetzt, glaube ich, 400 Millionen, die in, 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 in Krypto investiert sind, von den 8 Milliarden, äh, das, die, die Projekte werden dann abgekoppelt, äh, werden von den Retailern sozusagen, die Geld reinpumpen in den Markt. Mhm. Meine Meinung, Theorie. Natürlich, natürlich. Alles nur unsere Meinung, mein Lieber. Es ist eine Antwort auf jeden Fall, natürlich, ähm, auch logische Antwort, sage ich es mal so. Jo, Freunde, das war's von meiner Seite aus und von Avon Seite aus, ja. Das war Teil 3. Ich hoffe, auch hier hat euch das Video gefallen und die Fragen waren auf jeden Fall unterhaltsam und die Antworten waren unterhaltsam. Und lohnenswert zu warten, sich das komplette Video anzugucken. Falls ihr Teil 1 und 2 noch nicht gesehen habt, den Link zu den zwei Videos findet ihr oben in der Ecke oder unten in der Ecke. Und auf jeden Fall findet ihr auch den Link zur Avons Channel unten in der Beschreibung. Lässt auch dort ein Abo da und gönnt ihm ein bisschen Liebe. Freunde, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hasta la vista, compadres und amigas. Ciao.